Kompakte Highlights der einzelnen Tage kommen täglich versetzt auf dem Domo-Kanal. Link in der Videobeschreibung. Ey, Bro, geh weiter. Achso, warte. Boah, Alter, Ende von Sam vs. 2. Ist das krass. Sam vs. 2. ist Ende. Du, als Sohn. Ist das crazy. Wow. Das ist fucking crazy. Die Abholung. Boah, Junge. Boah, das schreckt mich doch nicht so. Wie geht's dir? Wieso kommst du mit Whole-Ass-IRL-Setup an, Alter? Weil ich keine Ahnung, wie ich's machen soll. Gehst du irgendwas machen? Soll ich irgendwas machen? Soll ich einen Handschut machen? Wie lange brauchst du noch? Ich muss gleich noch EMP-Bestellstür machen. Hast du schon gemacht? Nee. Wie lange brauchst du noch? Die geht noch 9 Minuten. Ja, aber wie lange brauchst du für diesen Bestellstream? Eine Stunde dann noch. Bro, als ob du gar nichts zu tun hast. Spiele ohne Fortnite, keine Ahnung, Latte & Troll. Ich will aber nicht vom PC sein, wenn wir hier sind. Checkst du? Ich check das, aber guck mal raus, Alter. Es ist fucking dunkel. Ja, aber wir können ja hier was machen. Wir können auch hier was machen, aber ich muss hier noch eine Stunde... Ey, Bro. Was soll ich dir jetzt sagen, Hugo? Was soll ich dir jetzt sagen? Nix. Du kannst ja später machen. Nee, kann ich nicht. Warum nicht? Weil ich gesagt hab, dass ich's jetzt mach. Ach, sorry. Bin ja am Acker. Tschüss. War trotzdem mehr Kottet als sein Scheiß da. Ich darf nicht runter, oder? Was? Ich darf nicht runter, oder? Ich habe nicht gehofft, wenn du denkst, dass niemand irgendwas freudert. Okay. Warte. Das ist nichts, dass ich halt hören wollte. Ich drehe die Kamera. Darf ich das zeigen? Ja, was? Hm, warum darf ich wohl nicht runtergehen? Ich versteh's nicht. Ja, hey, muss ich das jetzt wirklich machen? Ja. Ja, das ist krass. Du hast noch einen Steam-Challenge. Ja, voll geiler Content. Ja, wir haben auch Fenster-Becor, oder? Ja, okay, hast recht. Ja, Kevin hat heute Geburtstag. Oh, was? Boah, ich weiß aber nicht, ob ich das hinkrieg. Normalerweise brauch ich immer ein... Boah, ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, aber ich brauch so ein Fenster. Ich brauch so ein Fenster. Wie heißt das? Ich brauch so ein... Wie heißt das? So ein Fenster-Klingel, wo ich die Luftballons dann so befestige. Checkt ihr? Also, wo ich die Knoten reinmache. Ich wusste scheiß mal, aber ich glaube, ich krieg's nicht hin. So. Ja, ich glaub, dass ich hinvergiss es. Nein, das ist over. Wie kann ich jetzt geilen Knoten machen? Hm. Ich brauch irgendwas... Irgendwas langes, aber dünnes. Hinter dir. Oh mein Gott, da? Boah, ich will irgendwas dünnes, langes hier jetzt haben. Warte. Oh, hier. Mach was. Opa. Warte, ich hab was in meinem Zimmer. Komm mit, komm mit, komm mit. Dieses... Oh, vielleicht ist das zu dick sogar. Ich weiß nicht. Aber ich hab hier... Sorry für die... Oh, oder so ein Messer würde auch gehen. Aber hier, das meinte ich. Vielleicht funktioniert das. Ich nehm's mal mit. Und wenn nicht, dann nehm ich mir so ne Gabel oder so. Boah, das wär halt geiler, wenn ich auch unten sehen könnte. Man müsste halt nur Kevin sagen, dass er nicht Twitch schauen sagt. Mehr ist es nicht. Oh, das wird nicht gehen. Oh, nee, das ist zu dick. Wenn man Kevin sagt, er soll Twitch nicht schauen, dann macht er bestimmt. Haha. Mike. Ja? Was ist, wenn man Kevin sagt, er darf kein Twitch schauen? Was? Wenn wir Kevin sagen, er darf kein Twitch schauen? Nein. Was denken Sie, die Leute streiten lieben, wenn sie jetzt auf Twitter, auf Reddit, dann streamen, den Clip... Willst du, dass du willst... Ich filme dahin jetzt! Ach, nicht. Du Wichser. Warum nicht? Ja, das ist halt Arsch. Das ist halt alles gescheuert. Okay, dann sag ich ihm, er darf keine sozialen Medien schauen. Dann weiß er ja auch, was du planst. Ja, das weiß er doch sowieso jetzt. Ja, das weiß er jetzt gerade nicht. Warum? Wir reden gerade darüber beim Stream. Aber du hast gerade schon darüber geredet, oder? Nee, jetzt gerade reden wir darüber. Okay, aber wenn du es zeigst, dann ist es nochmal ein bisschen auffälliger, dann wird nur ein Tod ausschärft. Okay, ich gehe jetzt nur in die Küche und hole mir ein Messer. Ich zeig nichts. Ich komme hin. Ja. Habt ihr irgendwas dünnes, langes für Luftballons machen? Ja, ich muss. Ah, Decker. Aber es ist halt zu lang, ne? Ja, du Loll. Decker, du bist nicht verkrankt, Miguel, ne? Du Wichser. So, und ich gehe wieder. Tschüss. Ach, schon cool, was da steht. Aber ich wurde eh schon gespoitert, ich weiß noch schon. Miguel hat eh schon von der Überraschungsparty gesprochen. Das ist ja echt ein krasses Geheimnis anscheinend. Naja, solange ich die Reaktion filmen darf, ist alles okay. Guck mal, jetzt kann man hier einfach so einen Knoten machen. Glaube ich, zumindest. Ey, Jungs, ich bin ehrlich, ich kriege keinen Knoten hin, ne? Ich kriege das hin. Was ist, wenn ich euch hier hinstelle? So. Ja, guck mal, das ist halt easy as fuck, bro. Zack. Oder kann ich das einfach rausziehen? Bumm, und ich habe einen Knoten. Das ist crazy. Aber das ist halt ein scheiß Spot. Ist der Spot so okay, oder? Oder sagt ihr? Guck mal, im Chat kann ich dann hier einfach dran machen. Oh nein, ihr feilt um. Warte. So. Bro. Perfektes Setup für Chatlesen. Wir nutzen doch einfach zwei Finger, um die Knoten zu machen. Ich kann das nicht. Ich versuch's jetzt mal. So. So, so. Ich kann's nicht. Es geht nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich mach das so lieber. Ich hab auch schon Tutorial geschaut. Doch, ich wollte nicht richtig viele Luftballons bei mir im Zimmer machen. Aber ich finde, das geht viel schneller und tut nicht weh. Und weiter. Zwei Finger. Okay, ich versuch mit zwei Finger. Und jetzt? Warte mal. Warte mal. Nee, ich check's trotzdem nicht. Ich glaub so, oder? So. Und dann geht eins in die Mitte. Und dann? Digga, aber ich krieg keine Blut. Andersrum. Der Typ hat so Glück, dass er das Tümer ist, die Schwung, oder? Hast recht, Digga. Aber es ist mir scheißegal. Und zwei Finger rum, dann die Finger auseinander und dann durch. Und zwei Finger rum und dann... Die hab ich auch gerade gemacht. Imagine who am Arbeitsmarkt. Das Ding ist, was ihr nicht versteht. Nee, ich red gar nichts drüber. Wir reden jetzt einfach nicht drüber, eure Jungs. Weil ich habe hier gelernt. Ich lass mich davon nicht abpacken. Wir reden nicht drüber. Guck, was für ein verfickter Macher ich bin. Nee, ich brauch Mike Hilfe. Mike? Mike? Ich gucke, ich rede von mir gerade. Och, Mann. Miguel? Scheiße. Ja, dann machen wir einfach mal so weiter, okay? Ey, Digga, okay, Retalk ist aber gerade auch so schwer. Einfach einen Zeigefinger wickeln und dann durch die Lücke. Und die Zeigefinger wickeln und dann durch die Lücke. Tim, ich brauch deine Hilfe. Wobei? Warum klingelts, warum klingelts? Weiß ich nicht. Kannst du Luftballon knoten? Du kannst keine Luftballons zuknoten. Bro, doch, ich kann es so. Zeig dir hier. Aber guck mal, so ist doch auch krass, oder nicht? Zack und einfach raus. Alter, du weißt dir zu helfen auf jeden Fall. Da musst du deine Hilfe gar nicht. Doch, aber ich will mit Finger können. Kannst du mit Finger machen? Tick, hast du? Bro, dass du trollst. Hast du das Meer aufgepustet? Du trollst, du trollst gerade. Nein. Okay, chill, chill jetzt. Du musst dir das ganz lang ziehen. Einmal rumwickeln. Und dann ziehst du das quasi durch deine Beine. Oh mein Gott. Warum klingelts? Knoten. Okay, das ist crazy. Du musst sie nicht hören. Hä, Gäste, wir haben Gäste. Hä? Okay, davon weiß ich nichts. Warte mal, wir haben Gäste? Streepstipier. Oh, die Streepstipier sind Gäste. W. Okay, jetzt muss man das ganz lang ziehen anscheinend. Einmal komplett rum. Ich hab's vergessen. Fick meinen Arsch, Digga. Ich hab's vergessen, ich hab vergessen, was er gemacht hat. Am Ballon anfangen. Ach so, am Ballon anfangen. Oh mein Gott. So meinst du? Oh mein Gott, ich hab's. Oh mein Gott. Ja. Oh nein. Oh nein. Zu früh gefreut. Warte, warte, warte. Come on. Come on. Jetzt und jetzt. Nein, ich krieg keine Luft mehr. Nein. Mein Finger, mein Finger. Mein Finger. Mein Finger krieg keine Luft mehr. Ich hab's geschafft. Ich hab Kunk gemacht. Oh mein Gott. Aber ich sag, hier ist schneller auf jeden Fall. Für mich. Keine Luft im... Alter, warum ist das so fett? Auch gut, wie viel aus... Ich krieg keine Luft mehr reagiert, ich schwör, Digga. Ich könnte verrecken, ich hab keinen. Mann, ich will jetzt wissen, wer die Gäste sind. Ich geh jetzt gleich mal runter. Ah, Quincy Feetfalle, ich komm noch mal. Warum muss ich das überhaupt machen? Fick dich hin, Digga, ist das krass. Let go, give me that. Ich glaub, ich weiß, wer der Gast ist. Ich hab's gerade gehört. Wofür Ballons für eine Überraschungsparty für Kevin? Wer? Das sag ich nicht. Sag ich nicht. Krasser Gast. Äh, für euch wahrscheinlich nicht so, I guess. Boah, jetzt, jetzt bin ich in der Streak. Jetzt fahre ich richtig schnell. Eltern, Digga, ja, Eltern ist hier, Jungs. Boah, ich muss kacken, Bro. Fuck. Aber ich hab wieder richtig Dünches und ich weiß nicht warum. Ja, Vivi. Vivi ist der Überraschungsgast. Damit können wir uns nicht freuen. Ey, Jungs, ich bin kurz davor, euch kurz zu WLAN zu stellen, einfach. Ich weiß, es ist Beschrafung für euch. Aber was soll ich machen? Ich kann nichts machen, also ich muss es machen. Boah, ich kann euch auch heimlich zu WLAN stellen, das geht auch. Ich bin seit einem Tag Vegetarier, ich hab Dünches. Okay, Jungs, ich versteck euch kurz bei WLAN einfach, ohne dass ihr es merkt. Und ich geh kurz scheißen, ich muss gottlos. Nafi gegen Kylo würde auch abgehen. Aha. Interessant. Die Figur werde ich auch mal speichern, weil ich riesen One Piece-Fan bin, Leute. Riesiger One Piece-Fan. Ey, Bro, ich muss kurz scheißen. Okay, wie findest du die zwei Figuren? Guck mal. Ich guck. Ja, ich zeig noch andere. Die hier? Ja, die ist besser. Die ist besser? Ja. Oder beide einfach? Beide, mach beide. Beide, oder? Du bist WLAN-Welte, Bro. Mach beide. Dann mach beide rein. Warte, machst du gerade Werbung? Ja. Ach, scheiße, kannst du kurz Werbung stoppen? Nee. Aber dann ist... Was denn? Ja, dann ist auf meinem Kanal Free Werbung. Checkst du? Ja, richtig. Kurz geht raus an alle Zuschauer bei Hugo. Check gerne in meinem Stream. Gerne mal auszureichen. Ey, ich wünsche dir was. Ey, tschau, ne? Tschau, tschau. Free Werbung gibt es bei mir nicht. Man muss die kaufen bei mir. Das wurde mir im frühen Twitch-Alter gelehrt. Keine Free Werbung. Ah. Tschüss. Ihr dachtet, ich hab mich eingeschissen. Nein. Ihr hattet jetzt nämlich viel mit Hugo zu tun. Ich hab nur den Check-Kurs angemacht. Digga, ist das normal, dass mein Arno Risma wehtut, seitdem ich diese Luftballons aufpumpe? Nee, nee. Wie, nee, nee? Das ist ja nicht normal. Okay, der kann jeden Moment platzen. Ich hab den nicht... Der hat nicht so einen geilen Knoten bekommen. Und ich war auf dem Stuhl und alles, ne? Ich hab keinen Stuhl, nix. Der wieder mit seinen schlechten Pranks. Bruder, das ist kein Prank. Das ist mein Überraschungspartner. Hugo? Ja? Wie weit bist du? Äh, ich platz gleich hier. Nein, mein... Platzt du? Meine Arno Risma tut weh. Oh, das ist nicht gut, dann hör auf damit. Kannst du das machen? Nee, aber dann haben wir halt keine, dann ist halt Kevin enttäuscht. Ja, ey, wenn ich umkippe, dann ist es schon. Nein, nein, hör auf. Also wenn es wirklich nicht gut geht, dann hör auf, offensichtlich. Geht's wirklich nicht gut, dann mach nicht. Gerade geht noch. Aber kannst du mit Fingern machen? Ich kann mit Fingern machen, ja. Ja, kannst du nicht mehr, oder was? Das ist krass. Mach nochmal. Aber mach größer, was ist das? Ja, das ist ein kleiner. Ist ja nichts. Iiiii, da war Spucke mit drin. Ich hasse noch Ballons aufgeladen. Ja, deswegen... Ja, danke. Zack, zack, langsam. Den, zwei Finger, rum, da durch, da durch, rum. Okay, ich mach auch. Kannst du kurz halten? Okay, jetzt so? Den ein bisschen, so ein bisschen, ja. Okay, jetzt so? Ja, nee. Noch nochmal? Nee. So, und jetzt? Ich glaub mit der anderen Hand, Bro. Halt das mal zu und dann... Nee, das muss um die Hand hier drum. Um die beiden muss das drum. Und dann kannst du dich da durchschieben mit der Hand. Ach sorry, ich film die ganze Zeit am Penis. Und jetzt filmst du mir Penis? Ist aus Versehen gewesen. Bist du... Ich bin schwul, ja. Aber deswegen hab ich nicht am Penis gefilmt. Bist du schwul, ja? Aber auch nur, weil ich mich auf deine Hände konzentriert hab. Gut. Genau so. Wie hast du sie sonst zugemacht? Hiermit. Hä? Ja, guck mal. Du machst so. Dann machst du so. Mhm. Dann machst du so. Oh. Aufschauen. Danke. Bitte. Und es tut nicht weh in den Fingern. Ich mach schon okay. Das wird umkippen. Warum kippt das um? Hm? Kippt um? Und darf ich nicht runtergehen? Ja, nicht mit 400. Warum nicht? Ja, das ist doch nicht so. Ja, aber der guckt keinen Tutsch. Nee, guckt ja nicht, hast recht. Mega, was die anderen machen. Was ist hier? Ist er da? Nein, ist er nicht. Warum weißt du das? Weil ich das weiß. Ey, ich hab auch. Darf ich das als Prack benutzen? Nein. Warum nicht? Nein. Aber ich will das in der Zimmer machen. Nein. Warum nicht? Das ist doch Quatsch. Lass doch lieber unten schön machen. Darf ich mit Streaming überraschen? Wann kommt er? Also willst du den Stream-Doer anhaben? Und dann mach ich direkt aus. Ich will nur direkt so viel Content. Ich frage mal ein Lauders. Oh, ich habe schon juckt. Maybe, maybe habe ich Content. Sind Kevin und Reese eigentlich free zusammen und schwul for free free? Können wir bitte in den Subjet reingehen? Das würde mich sehr freuen gerade. Digga, ich habe keine Kraft mehr. Komm mal bitte jetzt. Machst du Fotos? Das ist so. Ey, du kannst gut blasen, ey. Krass. Du winkst da. Was denn? Warte. Komm vor die Kamera. Boah. Juhu. Erschrocken. Digga. Was fällt mir vor so einer so aufgeplatzt? Aber warum? Ich weiß es nicht. Digga. Wolltest du noch einiges vor dir, ne? Äh. Du brauchst es nicht mehr machen. Was? Das reicht. Ja? Lass die runterfragen. Aber ich kann keinen Konten mehr. Okay, ich schreibe jetzt runter in den Stream. Okay. Aber nicht unten zeigen. Okay. Warum machst du Fotos von mir? Dann nicht. Nein, mach. Mach weiter. Mach weiter. Mach weiter. Mach weiter. Mach weiter. Ich fick dich. Guck, ich habe dich gefilmt. Du bist hässlich. Spiegelung sieht man nichts. Guck, ich mache so eine Pause. Ha, ha, ha. Ich schiss gerade den Chat. Das ist crazy mit... Soll ich die Ballons runter oder was machst du? Ich mache die Ballons jetzt runter. Ich mache die Ballons jetzt runter. Okay. Boah, anstrengend. Digga, ich kann legit einen Ballon nehmen, das macht. Eins. Zwei. Da kann ich dich nehmen. Weiß du noch? Was? Mal runter schmeißen. Ja, das geht auch. Oh, smart. Mal komm, Kevin, überhaupt. Lass rein hier machen. Was? Bleib du einfach da, ich kick dich. Ey. Krasse Hilfe. Ich mache jetzt Prost, hab einen Ballon in Kevins Zimmer. Ich bin schickreich. Das ist mir egal. Ein Internet darf man gar nichts haben. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Du kommst die Wahrheit, Miguel. Du bist noch ein Reeler. Deine Füße, Digga. Danke. Deine Füße. Danke, willst du lutschen? Ja. Komm. Ich bin niemals mit dir, Digga. Warum nicht? Nee. Okay, ja, sorry. Immer für Geld. Wir machen jetzt eine Hashtag Prank. Beziehungsweise machen wir jetzt einen Prank, wo wir nicht reichen werden. Und das ist gar kein Prank eigentlich. Also, pro Sub. Okay. Ein Ballon in Kevins Zimmer. Ab jetzt. Ich muss immer noch scheiß im Fenster drauf. Aber das ist ja kein Prank, das ist eher so eine Überraschung. Checkt ihr? Also, null Ballons. Naja, Jungs. Also, jetzt liegt es an euch. Also, ihr müsst jetzt eigentlich Reiz haben. Also, so funktioniert es bei anderen Streamern halt. Oh, ein Sub schon. Oh, mein Gott. Okay. Kickdecks, ein Brissenskrippen. Das ist dein Ballon. Oh, oh, warte. Ah, der hat ein Loch. Warte, 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 warte. Wo sind wir? Okay, Pat. Nee, nee, nee. Hier sind wir. Boah, Digga. Jetzt muss ich mit den Fingern machen, ne? So, so. So. Und dann hier reinstecken. Let's hope it's life. Boah, das hier. Einer. Critics, danke. Pat, Hals mit dem 2G Prime Sub. Ich mach. Ganz kurz. Ich muss gucken, wo ich bleibe. Okay, Jungs. Der, der in Anführungsstrichen Urlaub ist teuer. Zack, zack. Mario Kart. Ui. Yahoo. Zack, zack, zack. Zack, zack. Boom, fertig. Digga. Sind wir bei 33. Das krieg ich nicht hin. Ich falle um, legit. Ich falle um. Scheiße. Wie viele Ballons sind das eigentlich? Das sind 100 Ballons. Ich mach die einfach alle nur mit einem Blaser. Ah. Ich frage Wieland um Hilfe. Na ja, ich sag mal so, wenn ich Wieland nach Hilfe frage, dann sagt er auch noch gleich, Digga. Pro Sub bei ihm, ein Ballon mehr. Wir haben jetzt drei. Ja, ihr zählt einfach, wie viel ich brauche, okay? Das war's. Wir machen jetzt nur noch die Subs, die reinkamen. Keine Subs mehr jetzt. Außer ihr wollt mir einfach geben. Wie viel muss ich jetzt machen? Ich hab jetzt drei Ballons gemacht. Wie viel muss ich noch machen? Boah, ich hab die nächste Idee bekommen, Geld zu scheffeln. Pro 10er Sub gibt's, schreibe ich einen Namen auf dem Ballon drauf. Sag Marc, Herr Winn, er soll mich entbannen. Ja, machen wir nicht, machen wir nicht. 38, ihr treu. Ey, Bruder. Ich krieg's. Ey, Jungs, ihr kriegt eure Subs zurück. Ich kann das nicht. Bro, das ist viel zu anstrengend. Jeder, der Geld gibt, hat sie nicht mehr alle. Da hast du vollkommen recht. Vollidioten, die hier reinzappen. Alter, ich krieg das nicht hin. Oh mein Gott, ich hab einen neuen Trick entdeckt. Man kann die Finger einfach spreizen. Digga, wie jeder sauer wird gerade, Junge. Hä, ihr denkt auch, ich hör jetzt auf damit. Digga, was ist heute passiert? Seid ihr so unzufrieden heute? Ja, ich seh das ja durch. Die 36 zie ich noch durch. Kevin nicht live und ihr müsst mich ertragen. Was Schlimmes gibt es nicht. Versteck die Ballons unter Kevins Bettdecke. Ich bin gerne dein voller Idiot. Nee, also ich bin ehrlich, ich bin ein respektvoller Mensch. Deswegen, also das Ding ist, Masha ist halt jetzt auch in dem Zimmer da. Und ich will da jetzt nicht reingehen und alles filmen, weil ich keine Ahnung habe, was da alles da liegt. Nein, checkt ihr. Deswegen, ich werde jetzt die Ballons hier vor der Tür aufpumpen, werde die Tür kurz schlitz aufmachen, werde alles reinwerfen und mache die Tür zu, ohne zu gucken. Ich hab auch gefunden. Das muss klappen. Ich hab ein bisschen Angst, dass das kaputt geht. Woher kommt jetzt dieses grüne Ding? Ich weiß nicht, das stand da die ganze Zeit. Das ist so Schmuck irgendwie. Keine Ahnung. Ich will nicht wissen, wie viel das kostet. Lass mal den Ballon bei Roatrand raum platzen. Das, was du nicht willst, was andere tun, mache nicht bei anderen oder sowas. Digga, wenn jemand einen Ballon bei mir platzen würde, ich hätte den Herzen fackt tot. Retalk. Was machst du da? Ich mache ein paar Luftballons. Ey, Digga, kannst du mir helfen? Nee, ich muss irgendwas machen. Ey, ich gebe dir auch Geld. Wie viel? Fuffi. Willst du jetzt die Luftballons geben, um Luftballons aufzuladen? Ja, nimmst du an? Hi. Was? Das wären 30 Luftballons gewesen. Du hast den Deal deines Lebens gerade weggemacht. Das ist crazy. Da sieht man, wie viel Camon Mitarbeiter bekommen. Pogo? Ja? Wir haben so seit 20 Minuten genug Ballons auf jeden Fall. Ja, aber ich habe gemacht pro Sub einen Ballon bei Camons Zimmer. Das heißt, du wolltest mich jetzt auch viel bezahlen, dass ich meinen eigenen Chef verarsche, oder wie? Ja. Also, wenn ihr uns ganz so aufhört. Ja, nee, ich muss ja wegen mir weitermachen. Ja, dann selbst schuld. Boah, mein Finger, der stimmt ab. Retalk. Und ich sterbe auch gleich ab. Ich kriege viel zu wenig Luft gerade in meinem Kopf. Oh. Oh. Oh mein Gott. Ich bin so unsig, oder? So. Jetzt kicken wir alle in Camons Zimmer rein. Und dann hoffe ich, dass WLAN endlich fertig ist und mich scheißen kann. So, ich mache jetzt die Tür auf, aber ich gucke nicht. Und jetzt kicken wir alle rein. Yippie. Yippie. Oh, oh. Das ist lustig. Mann, Digga, wie scheiße. Kann man Luftball los? Einer ist runtergefallen. Wohin? Hä, hier runtergefallen? Nein. Digga, H2, das ist ja echt einer. Ja, warum hast du das? Hä, das habe ich nicht mal gesehen. Danke für die Hilfe, Jungs. Die haben es auch reingekickt. Mann, Digga, das ist so scheiße. Warum hebe ich die nicht einfach auf? So, und jetzt haben wir Cammy wieder geprankt. LOL. Voll geiler Prank. So, ich gucke jetzt nicht hier weiter rein. So, tschüss. Okay. So, hier ist der eine. Den lasse ich jetzt platzen. Mikey? Ja? Darf ich runter mir ein Messer holen? Ja, wenn du jetzt Zeit. Okay. Ey, ich bin aber wieder weg, ne? Sollen wir es schnell machen? Soll ich es aufmachen? Und du plattst. Das Hamsterrad wird immer schlimmer. Was macht ihr? Schau. Mach nochmal jetzt, komm. Moment, Bro. Warum platzt es? Ach so. Wie lange? Ja, wir sind jetzt 10 Minuten da. Perfekt. In 10 Minuten schon? Ja. Ich glaube, es geht perfekt. Darf ich das filmen jetzt eigentlich? Ja. Ja? Ja. Geil. Also, die sind schon unterwegs, oder was? Ja, die sind gleich dann. Okay. Nein, ich habe reingestochen, aber es ist nicht geplatzt. Ich check's nicht. Pranks werden immer besser. Digga, ich habe gesagt, ich soll das machen. Fresse jetzt. Wo ist Latten, Sam? Der kommt jetzt gleich mit Dominik und den Girlies. Und dann sieht er, dass wir eine Überraschungsparty hier gemacht haben. Und dann seht ihr auch endlich, was unten ist. Ich darf das nämlich die ganze Zeit nicht filmen. Ja? Komm, sind die da? Oh mein Gott, ich komme. Darf ich zeigen jetzt? Darf ich aber zeigen jetzt? Du siehst eh nicht, sie sah aus Dunkel. Aber ich darf zeigen. Ja, sie sieht nichts aus. Naja, mach nicht. Der will mich jetzt schon zeigen. Ja, weißt du, ob der auf Twitch jetzt guckt? Also, im Auto hat langweilig, ne? Ja. Nicht zeigen. Okay. Ist das so out of content? Ja, Brunner, was soll ich sonst machen? Was soll ich sonst machen? Red mit deinem Chef. Ich mach... Nein, das ist gar kein Fall. Ich warte jetzt. Willst du auch so eine Konur machen? Eine was? So eine Konur. Oh mein Gott, ja! Danke. Aber ich weiß nicht, wie ich das drehen soll. Das ist ein Pfeil. Ja, aber es geht und ich hab Kamera. Hast du, hast du einen Standard von denen? Oh, ist der Pass? Ja, komisch. Wo sind die gerade? Also, sie sind so zwei Minuten entfernt von einem. Okay. Ja, aber dann guckt der doch safe nicht mehr. Ich kann nicht zwei Sekunden zeigen. Nein, das geht nicht. Okay, ich warte. Mach aus, wenn die kommen, dann wissen die schon. Die kommen, das sind die. Die sind da. Mac. Darf ich zeigen? Wo soll ich hin? Ich kann doch mal zeigen. Sind die da jetzt? Oh, die sind da. Oh mein Gott, da sind sie. Ja, die im Haus macht ja alles an, oder? Oh ja, wo soll ich mich hinstellen? Ich zeig jetzt. Hier. Was denn? Ich ziehe gleich den Stecker. Nein. Ja, wir müssen das gleich aussetzen. Ach so, ja. Da sind sie. Da ist der Bus. Wo ist Bieland? Bieland! Der muss doch Pace mitmachen. Der muss doch zwei Minuten. Die steigen gerade aus, aber der Auto ist doch an. Oh, jetzt, ja, ja, ja. Das sind auf jeden Fall welche. Sind die weg? Nicht, nicht gehen. Was ist denn Schatten? Wir hören uns ja wieder unten auf. Die kommen jetzt, die kommen jetzt, die kommen jetzt. Gleich kommt der Superstar. Gleich kommt der, Jungs. Gleich kommt der Superstar. Gleich, gleich kommt der. Hallo? Hallo? Was ist das? Du voll Idiot? Du voll Idiot? Oh Gott. Du voll Idiot. Du voll Idiot. Ich hab nichts gesehen. Ich kriege meine Sicht auch. Kannst du drehen, kannst du drehen, Bro? Dreh, Dreh, Dreh. Jaaa! Jaaa! Geht's live? Jaaa! Ich bin noch live, ja? Mach mal aus jetzt! Ich muss nur kurz in die Cam zeigen, Kevin, und dann mach ich aus. Dann mach's so, check ich, check ich, check ich! Alles Gute! Ich mach gleich aus! Hey, Marsha meinte irgendwie, dass du uns pranken willst. Was ist da der Plan? Weil ich... Was? Ja, das ist krass! Ich muss in dein Zimmer gehen! Hugo wird jetzt krass saufen! Nein! Was, darf ich in mein Zimmer gehen? Ja, okay, wollte ich in dein Zimmer, dann mach ich das Stream auch aus! Oh nein! In meinem Zimmer sind mega viele Luftballons. Wie ist das? Nein, wie ist das? Aber wer kommt zur Idee gewesen? Der Mega-Lebten ist in der Auge, das ist das, oder? Nein! Naja, Hugo, ich hab gerade 250 Gramm Käse gegessen, Alter! Und wie gehst du? Geil! Bro, Dominik hat diese Frau von dem Restaurant, wo wir waren, so lange belabert, der hat ihn neunmal nachgefallen nach dem Rezept, Digga! Bis die, die konnte das Rezept nicht rausgeben, aber Dominik hat jetzt so ein Kloß Käse bekommen, dass er sich das Käse von dir zu Hause machen kann! Digga, was? Du musst jetzt chillen, okay? Warum legen ich hier Ballons? Das weiß ich nicht! Oh mein Gott, das sind die Ballons, oder? Nein! Warum muss ich chillen? Mach auf! Ey! Oh mein Gott, das ist so schlecht, Digga! Hey, wie sehen die Ballons? Warum hast du 20 Stück gemacht? Ich konnte nicht mehr, Digga, ich bin fast umgekippt! Oh mein Gott, Digga! Ich wende die Fabrik, die sind aber trotzdem so 40 oder so! Digga, Schwachkeit! Wurde vor allem an! Anna, hör auf jetzt! Bitte! Das ist laut! Das macht aber Spaß! So, du musst jetzt runter zu deiner Party! Ja! Ey Bro, das war ein geiler Brain! Krass, danke man! Alles Gute, ne? Wir sehen uns nach unten! Jojo! Easy! Tschüss!